Hast du jemals darüber nachgedacht, was mit deinem Körper passieren könnte, wenn du eine Woche lang jeden Tag nur eine einzige Frucht isst? Es klingt simpel. Doch die Papaya birgt eine geheimnisvolle Kraft, die nur wenige kennen. Die Auswirkungen, die sie auf deine Gesundheit haben kann, sind beeindruckend. Heute zeige ich dir, wie der tägliche Verzehr von Papaya unglaubliche Vorteile für deinen Körper bringt. Von einer besseren Herzgesundheit bis hin zu einem gestärkten Immunsystem. Gleichzeitig werde ich dich auf häufige Fehler hinweisen, die viele Menschen mit dieser Frucht machen und wie du diese vermeiden kannst. Fangen wir beim Herzen an, dem Motor unseres Körpers. Einer der größten Vorteile des täglichen Papaya-Verzehrs liegt genau hier. Papaya enthält reichlich Ballaststoffe. Diese wirken wie ein Schwamm, der überschüssiges Cholesterin im Verdauungstrakt aufsaugt. Dadurch gelangt weniger Cholesterin in deinen Blutkreislauf. Weniger Cholesterin bedeutet ein gesünderes Herz und ein geringeres Risiko für ernste Krankheiten wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Papaya ist zudem reich an Kalium. Das hilft, den Blutdruck zu regulieren und die Durchblutung zu verbessern. Gleichzeitig schützen Lykopin und Vitamin C die Arterien und bekämpfen Entzündungen. Weniger Entzündungen, weniger Schlaganfallrisiko und ein starkes Herz. Doch nicht nur das Herzdriatz profitiert. Möchtest du dein Immunsystem stärken, ist Papaya ein wahres Superfood. Zum Vergleich, eine mittelgroße Orange deckt etwa 60% deines täglichen Bedarfs an Vitamin C. Dieselbe Menge Papaya, etwa 130 Gramm, liefert 100%. Mit anderen Worten, sie ist ein natürlicher Schutzschild für deinen Körper. Besonders für Menschen über 45, deren Immunsystem schwächer sein kann. Zudem ist Papaya eine ausgezeichnete Quelle für Antioxidantien wie Carotinoide. Diese verlangsamen die Zellalterung und schützen vor chronischen Krankheiten wie Diabetes oder sogar einigen Krebsarten. Nebenbei fördern sie eine gesunde, strahlende Haut. Kennst du das Gefühl von müder, fahler Haut? Mit Papaya bekommt sie neues Leben. Das enthaltene Vitamin A wirkt fast wie ein Geheimnis der Jugend. Es erneuert die Hautzellen und bekämpft Altersanzeichen wie Falten oder feine Linien. Vitamin E, ebenfalls in der Papaya enthalten, ist ein natürlicher Feuchtigkeitsspender. Es hält die Haut weich, geschmeidig und schützt sie vor dem Austrocknen, besonders an trockenen Tagen. Denke an Maria, eine 50-jährige Frau. Sie fühlte die Zeichen ihres Alters. Müde Haut, ständige Erschöpfung, Verdauungsprobleme. Nachdem sie Papaya in ihre tägliche Ernährung integriert hatte, bemerkte sie eine strahlendere Haut und eine verbesserte Verdauung. Kleine Änderungen können große Auswirkungen haben. Für Maria wurde die Papaya zu ihrem besten Verbündeten. Und wenn du deine Hautgesundheit verbessern möchtest, warum nicht heute damit anfangen? Wusstest du, dass das in Papaya enthaltene Beta-Carotin als Antioxidant die Haut vor Schäden durch die Sonne schützt? Diese unschönen Flecken, vorzeitige Hautalterung und andere Folgen übermäßiger Sonnenexposition werden durch Beta-Carotin reduziert. Es wirkt wie ein natürlicher Schutzschild und stärkt die Haut von innen. Wenn du Hautpflege liebst, kannst du Papaya sogar direkt auf die Haut auftragen. Das Fruchtfleisch spendet Feuchtigkeit, beruhigt und sorgt durch ein sanftes Peeling für ein frisches, strahlendes Hautbild. Das Enzym Papain, das in der Papaya enthalten ist, entfernt abgestorbene Hautzellen und sorgt für ein Gefühl von Erneuerung. Papaya kann mehr als nur die Haut pflegen. Sie ist auch ein wertvoller Helfer für Menschen mit Arthritis. Die Frucht enthält natürliche entzündungshemmende Stoffe, die Entzündungen in den Gelenken lindern. Da Entzündungen eine der Hauptursachen für Gelenkschmerzen und Steifheit sind, ist Papaya eine köstliche Möglichkeit, diese Beschwerden zu reduzieren. Zusätzlich bekämpfen die Antioxidantien in Papaya freie Radikale, die Gelenkschäden beschleunigen können. Ein weiterer Vorteil der Papaya ist ihre positive Wirkung auf die Verdauung. Das Enzym Papain hilft, schwerverdauliche Lebensmittel wie Fleisch oder Milchprodukte besser zu verdauen. Wenn du nach einer üppigen Mahlzeit oft ein unangenehmes Völlegefühl hast, könnte Papaya die Lösung sein. Die enthaltenen Ballaststoffe, sowohl lösliche als auch unlösliche, fördern eine regelmäßige Darmtätigkeit und beugen Verstopfungen vor, was besonders für ältere Menschen hilfreich ist. Außerdem unterstützt Papaya eine gesunde Darmflora, die nicht nur die Verdauung, sondern auch das Immunsystem und die Nährstoffaufnahme verbessert. Machst du dir Sorgen um dein Gewicht? Papaya ist kalorienarm und ballaststoffreich. Das bedeutet, dass sie für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl sorgt, Heißhungerattacken reduziert und den Appetit kontrolliert. Darüber hinaus hilft sie, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, indem sie Glucose- und Insulinspitzen vermeidet, die oft zur Fettansammlung führen. Papaya besteht außerdem zu einem großen Teil aus Wasser, was den Körper hydriert und den Stoffwechsel ankurbelt. Eine gute Hydration hilft, Wassereinlagerungen und Schwellungen zu reduzieren, was besonders beim Abnehmen von Vorteil ist. Papaya punktet auch mit einem hohen Gehalt an Vitaminen. Das enthaltene Vitamin A ist essentiell für die Augengesundheit. Es schützt die Hornhaut und verbessert das Sehen bei schlechten Lichtverhältnissen, wodurch Probleme wie Nachtblindheit gemindert werden. Papayas enthalten zwei bedeutende Antioxidantien, Lutein und Ceaxantin, die besonders für die Augengesundheit wichtig sind. Diese Stoffe schützen die Augen vor Schäden durch blaues Licht, das von Bildschirmen und UV-Strahlen ausgeht. Studien zeigen, dass sie das Risiko einer altersbedingten Makuladegeneration senken können, einer Erkrankung, die bei älteren Menschen zum Sehverlust führen kann. Wer seine Sehkraft langfristig erhalten möchte, sollte Papaya in den Speiseplan aufnehmen. Doch trotz der vielen Vorteile hat die Papaya auch ihre Schattenseiten. Einige Menschen reagieren allergisch auf das in der Frucht enthaltene Latex. Das gilt besonders für Personen, die auch bei Ananas, Bananen oder Kiwis allergisch sind. Symptome können von Juckreiz und Schwellungen bis zu schwereren Atemproblemen reichen. Für Latexallergiker ist Vorsicht geboten und in manchen Fällen sollte Papaya ganz vermieden werden. Schwangere Frauen sollten grüne, unreife Papayas meiden, da sie einen hohen Latexgehalt aufweisen, der Uteruskontraktionen und Komplikationen auslösen kann. Hier empfiehlt es sich, vor dem Verzehr einen Arzt zu konsultieren. Auch bei Medikamenteneinnahme ist Vorsicht gefragt. Papaya hat eine leichte harntreibende Wirkung, die die Wirkung von Blutverdünnern und blutdruckregulierenden Medikamenten beeinflussen kann. Wer regelmäßig solche Medikamente einnimmt, sollte mit einem Arzt sprechen, bevor er Papaya in den täglichen Speiseplan aufnimmt. Ein häufiger Fehler ist der übermäßige Konsum. Papayas sind zwar gesund, aber zu viel davon kann Blähungen, Durchfall und Bauchschmerzen verursachen. Eine Portion von 100 bis 150 Gramm pro Tag ist ideal. Ein weiterer Fehler ist es, die Schale vor dem Schneiden nicht zu waschen. Auch wenn sie nicht mitgegessen wird, kann sie Pestizide oder Mikroorganismen enthalten, die beim Schneiden auf das Fruchtfleisch übertragen werden. Viele werfen die Kerne der Papaya einfach weg, ohne zu wissen, dass sie wertvolle Eigenschaften besitzen. Sie wirken antiparasitär, antioxidativ und entzündungshemmend. Schon ein Teelöffel pro Tag kann nützlich sein. Allerdings sollte man auch hier nicht übertreiben, da zu viele Kerne Magenprobleme auslösen können. Jetzt, wo du alle Fakten kennst, wie baust du Papaya in deinen Alltag ein? Wenn sie noch kein Teil deiner Ernährung ist, probiere es aus und spüre die Vorteile. Teile diese Tipps mit Freunden und Familie. Wer weiß, vielleicht inspirierst du jemanden, Papaya ebenfalls auszuprobieren.